so ab nach unten ach komm habt dich nicht so jetzt könnte ein bisschen heftig werden der magier hat mich gerade fast gekillt ausdauer wäre nicht schlecht wo ist ausdauer das ist alles kacke hier man findet nichts in diesem menü das ist wenn man sich das menü bei es ausgedacht hat ich hoffe den gibt es nicht mehr das ist echt ein trauriges menü selbst offen selbst auf der konsole ist das scheiße ich habe nie auf konsole gespielt aber trotzdem ich würde es scheiße finden wo ist denn der alter ja nee ist klar drei schläge der boss wird ein bisschen heftig na super hab ich gar nicht abgespeichert oder was ich hoffe ich kann mal die gegner pullen ich habe kein gutes gefühl bei der sache ich habe kein gutes gefühl bei dieser sache so viel wäre nicht schlecht gewesen an dieser stelle der hat ja auch noch einen zauber da hinten mal ganz eben die besten fall raus wollen wenn ich jetzt wusste wer hier das sind die machen zehn schaden die machen auch zehn fliegen aber besser wir machen zwölf schaden würde ich sagen nehme ich die zwölfer ein bisschen mehr schaden ich gebe mal ein gift drauf und zwar noch mal das richtiges gift ja einmal drauf so waffen dann das ding mal aufladen das muss aufgeladen sein nein nein da heißt nicht oh bitte mit dem eis weg oh da hat sich ja gut hochgehalten ich glaube lydia macht das ding jetzt alter das war nicht das wieso heilt der sich immer ich habe mal keine umgebracht was habe ich noch da da ist ein bisschen heftiger habe ich irgendwie eine schriftrotte das kacken ja das kacken genau das weg kacken jetzt finde ich gerade um so zu sagen kämpfen lange nicht und dann und dann die Es ist vollbracht, der Schender ist besiegt, nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Alter, Sophia. Meine Fresse, Himmelswillen tot. Dabei hat er nichts dabei gehabt, der Typ hat nichts dabei gehabt und trotzdem war der so schlimm. Durch seinen Tod noch nie mal ein Level abgekriegt, das ist traurig, das ist echt traurig. Der ist viel zu Hardcore. Ein Kampf Mann gegen Mann, keine Chance, der hätte ich nicht besiegen können. Uch. Ich dachte, der hätte jetzt noch länger überlebt, aber Lydia hat den offenbar richtig gut zusammengekloppt. Der hat sich immer wieder hochgeheilt, der Sack. Und dann kommt noch so ein Geist raus, ey, das gibt's da nicht. Dämmerbrecher. Da war ein 100 Gold dabei. So, jetzt können wir uns das anschauen. Ah, Dämmerbrecher. Dämmerbrecher an der Waffe, die Lydia oder Sophia die ganze Zeit, oder ein Großteil im Hauptspiel, die als Waffe getragen hat. Oh, ich bin schon wieder im Himmel. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Fühlt ihn in meinem Namen, auf das mein Einfluss wachse. Ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ah. Ja, pfff. Todesstörsstand. Okay. Wir haben Dämmerbrecher. Zweimal direkt. Echt jetzt? Wie kommt denn das? Ich habe echt zweimal Dämmerbrecher. Ich werde ihn kurz fallen lassen. Okay, ich nehme zwei Dämmerbrecher mit. Oh, kein Problem mit. Ist ein Flammenschwert und natürlich nicht schlecht. Sogar besser. Aber es kommt... Ja gut, dann kann ich ja eins behalten. Und nutzen. Und das andere dann halt in die... Ins Gewölbe packen. Wo ich dann halt meine Trophäen sammle. Okay. Das wäre Meridia gewesen. Talmor abschaum. Was machen wir nun? Wir nehmen eine Menge Quests hier in die Richtung. Da können wir mal gucken... Wenn ich hier die verlorene Höhle angehe. Okay. Oh, da sollen wir uns mal hier unten nochmal ein bisschen umschauen. Ich bin ja fast dafür. Ich gehe mal zum westlichen Wachturm. Denn erkunden wir mal so ein bisschen die... Die Umgebung im Norden. Zumal ich... Das Haus erstehen will von... Ja, super. Das muss ja auch ausgerechnet dunkel sein. So, danke. Zumal ich auch das Haus erstehen will. Ich reiß doch nochmal dahin. Ich probier's mal. Also ich will dieses... Nee, stimmt gar nicht. Oh, nee. Verschenkte Zeit. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Und zwar Mord heißt, der ist mein Gebiet, wo ich Tane werden will. Da will ich ja das Haus bauen. Zumindest in der Richtung. Hüpf. Äh, ich lauf gerade verkehrt. Ich hab echt kein Level-Up gekriegt für die Scheiße. Ich glaube, ich bin hier schon Tane. Kann das sein? Nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weint. Aber sicher. Dann geht bitte euren Geschäften nach. Nee. Verstehe ich gerade irgendwas falsch? Ustengraf. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Wer ist denn euer Vogt? Ich spreche und meine Worte dringen anderen ans Gehör. Das Unsichtbare kann Unrast. Einige fürchten unser... Die Zeit wird mir recht geben. Also gut. Hä? Ich versuche nach Möglichkeit... Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Ach, toll. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Hm. Wo ist denn der Vogt von euch? Der Vogt existiert anscheinend gar nicht hier. Aber gehört, dass ihr die... Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Höchstwahrscheinlich. Komm, denk, dass ich verrückt bin. Er sagt es nicht offen. Diese Vampire werden langsam zu einer echten Bedrohung. Hat er damit recht? Hm. Irgendwie existiert der Vogt gerade gar nicht hier. In dem Spiel. So, der... Öh. Sowieso keine Zeit mehr, darüber nachzudenken jetzt. Mal eben aufladen. Diese Let's Play-Kanal steht über alles. So. Aber deine Mutter ist besser als das hier. Die übertrifft alles. Wie? Ich hab schon ein Level Up. Oh, warum sagt mir das Spiel denn nichts? Ja, dann in Ausdauer. Nee, in Magikar. Warum sagt mir das Spiel denn gar nichts? Ey, das ist auch traurig. 40% Wirkungsfall. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ich möchte... Hab ich Blocken schon? Ja, Blocken könnte man verbessern. Was ist das? Du kannst ein bisschen gerne durchführen. Pfeiler abwenden. Das ist gut. So, da haben wir auch ein Level Up gemacht. Das war's. So, da haben wir auch ein bisschen.